Herzlich Willkommen meine Damen und Herren, heute startet das ungersehnte Intro-Wettbewerb. Ich bin Santi Booth und werde das Intro-Wettbewerb leiten. Ich grüße euch und freue mich sehr darüber, dass ihr eingeschaltet habt. Es gehen 10 Intros ins Rennen. Darunter ist auch das amtierende Intro. Welches Intro gefällt euch am meisten? Welches Intro soll Santis Gaming Video in Zukunft begleiten? Ihr könnt ganz einfach mit abstimmen. Indem ihr die Nummerierung des Intros in die Kommentare schreibt, wir kommen auch gleich direkt zu den Intros. Zu Ehren des amtierenden Intros. Hier kommt Intro Nummer 1, das von Q-Zimpo erstellt wurde. Der Ersteller des nächsten Intros ist Trevex. Hier ist Intro Nummer 2. Intro Nummer 3 wurde von Flutest Z. Erstellt. Intro Nummer 4 und 5 wurden von ProGammer44 ütterstellt. Intro Nummer 4 und 5 wurden von ProGammer44 ütterstellt. Hier kommt Intro Nummer 6 von Son. Intro Nummer 4 und 5 wurden von ProGammer44 ütterstellt. Intro Nummer 4 und 5 wurden von ProGammer44 ütterstellt. Intro Nummer 5 von Saphira Rieders. Intro Nummer 7 von Z. Logix 123 regiert. Intro Nr. 10 ist von Gassens of Boon YouTube erstellt worden. Hat euch ein Intro gefallen? Dann stimmt doch für ein Intro, das euch am besten gefallen hat, ab. Schreibt in die Kommentare die Nummer des Intros. Gibt nochmal alle Intros hintereinander. Gibt nochmal alles mit der Nudung Anschlusss. Looooooohhhhhh! HIEN HUT YET! OH! 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 Ich danke euch fürs Mitmachen. Ich soll euch noch von Santi schöne Grüße ausrichten. Grüße gehen raus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt. Ich hatte es auf jeden Fall. Was war's jetzt auch mit dem Video? Wir sehen uns spätestens im Entscheidungsvideo. Tschüss. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich mit einem Abo unterstützen würdet. Bis zum nächsten Mal. über